hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge beyond good and even nachdem wir in den letzten paar uns erst mal von agent h die haben uns vorher gesehen als wir angekommen sind lol also getrennt haben zu laufen erstmal parallel getrennte wege und ja wo bin ich eigentlich jetzt auch hier komme ich jetzt raus cool okay muss ich gleich zurückgehen geht es auch so okay geht es wieder an wo man nicht ja kommen wir jetzt hier die sicherung einlegen und kündigt auch so okay so kann man natürlich auch durch das eigentlich alles das ausgeht die laser strahlen da war ich weiß nicht ob ich überhaupt richtig bin man muss der sie mich so muss der typ mich so erschrecken verdammt ich dachte was kommt da von wahnsinniger wahnsinniger auf mich zugelaufen holy shit man das könnte mich doch nicht antun ok aber trotzdem ich habe mich darum noch nicht fertig umgeguckt ich habe mich darum fertig umgeguckt ich sehe keine kentenreaktion doch und immer zwei die 1 ich spreche mal noch mal ab ich habe keinen bock die diesmal zu schießen weil sie sterben sollte also sicher sicher ja ja okay hier ist niemand was soll das denn warte auf befehle nicht töten und stirbt doch man jedes mal wenn ich euch wisst wie ich hier fotografieren wollte jetzt aber natürlich habe ich euch schon ist ich habe eigentlich alles gemacht aber wenn er jetzt schnitt bin dann kann ich vielleicht ja zurück auch irgendwie ich glaube der stumm kreis hängt nicht mal zusammen ich weiß nicht dann sagt es noch einfach scheiß drauf mensch das war alles selber machen auch jetzt kannst du es auch an oder sie kommen in der zentralhalle aus ich sehe nichts okay sondern kurzes zusammentreffen kurzer dank so kurz nur mal gucken tiere hier was aber Alarm! BOMB! Ooooooh! Ist er knapp! Zone gesäubert! Ach man! Hör auf mich doch zu sehen, du... Arschkicks, du! Herr, bitte Erlaubnis, Zone zu säubern! Bestätigt! Zone gesäubert! Partner hat Probleme! Das kommt von da drüben! Wir werden angegriffen! Mann! Wir werden angegriffen! Zone gesäubert! Zone gesäubert! Du bist Kerl! Okay! Oha! Okay, mein Wiko hat fast einen Abgang gemacht! Okay! Kriege ich die Kiste noch zuerst? Nope! Okay! Zentralhalle! Hier wird schon kein Gegner sein, wenn hier, wenn ich hier speichern kann! Dann sollte ich das auch lieber tun! Ich weiß nicht viel! Ich komme da jetzt im Bossfight! Ich weiß es nicht! Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel noch ist! Ich meine... Ich bin jetzt bei... Ungefähr... Was steht da? Sechseinhalb Stunden Spielzeit! Also... Ich habe bestimmt noch zwei, drei Stunden wird das Spiel noch gehen! Ähm... Ich bin jetzt... Tschüss. Äh... Yup! Jetzt? kann ja nirgendwo achießen habe ich gar nicht gesehen interessant transfer zum mond spieler auf dem mond hier oder was anscheinend drei starken kurs stellt ein herz der liebens in ein starken kurs stellt ein herz der energie wieder höhe ich hab da was gesehen hast du nicht das nix gesehen du hast nix gesehen schön dass wir den rücken zu triff ich wollte schon sagen wir als wenigstens nicht so der karte hat es auch kontrollieren und was darunter fällt aber das ist schon passiert warum ist hier so die band egal wir werden die sicherung links und rechts steht einer hat mich gesehen oder den brefbombe geworfen da und du auch na ja sofort keine sorge krass da sind diese viecher ok Können wir sie wieder einsetzen Sicherung Das geht natürlich nicht auf Sondern muss hier Der Druck da durchgraben Aber dafür können wir trotzdem An die Kisten hier ran Das ist ja schon mal etwas Für die paar Credits da Und wieder die I3X Karte Und die 4X Ah so Ah jetzt weiß ich wo wir waren Sind Gewiesen war Du erschreckst mich Du erschreckst mich jedes Mal so Das ist unglaublich So ich speichere mal lieber nochmal ab Wie habe ich das Gefühl Ich habe irgendwas vergessen zu fotografieren Während ich hier war Dass ich hier schon längst hätte fertig sein können Was habe ich denn für Agenten des Iris letzte berichten Verdächtige Dinge von den Schlachthäusern Auf der Karte verzeichnet Da muss ich noch Ich muss jetzt wieder runter Komplett Man muss sich nach unten hin Okay verstehe Ich habe es halt in der So genau andersrum gemacht Gegen Uhrzeiger sind Die sind aber neu oder Und dann immer so Identifizierung Okay Gleich mal essen Gehen wir dir auch mal eins Danke Miss Jay Ist das gleich Okay Dann kriegst du nicht noch eins Sonst hättest du noch eins bekommen Okay Jetzt erinnere ich mich Wieder Egal Macht nichts Schlimmer sein können So Ach das macht gar nichts Okay Ach das macht doch was Also hätte man die Bienen zerstören können glaube ich Oder sollen Ich weiß es nicht Könnte beides sein Ich dachte ich mir schon Erfährt jetzt automatisch hier hoch Weil Kameraperspektive Gerade so Komisch Handocken Danke Gut Ist ja ein bisschen wie so ein Dungeon Aufgebaut Wie ein Star Wars Adventures Äh Jetzt habe ich schon Jetzt komme ich auch Ich konnte auch nur Steine nicht mehr Ist das zum fassen Da ist was Ist es eigentlich als Man im Lieblingsspiel Das ist der Volksadventure Ist was sowieso Folgen Bald wird Danach Nee danach Kommt Wettert redemption Das Ja Das Bisschen Schnee Oder Müsste eigentlich Wettert redemption Dachte ich mir kommen Beziehungsweise Erstmal hier Gute Liebe Aber das Wollte Gesteht Die andere Kampfer fertig Gemacht Und dann Wenn wir erst mal Weitersehen Hier kann ich mich durch Mogi Auf jeden Fall Jetzt bin ich genau Genau Zwischen hier Es gibt sie was Die code Gibt sie Gibt sie Perl Gibt sie Tiere Wir treffen uns später Wieder Okay Manchmal muss man das Team Auflösen Carsten und Peter Seite 824 Nee Kommt Hier gar nicht lang Okay Schon richtig Dann Ich hab da was Alarm Alarm Jawoll Aua Ich bin doch gar nicht Da Um die Ecke Bitte Erlaubnis Zone zu säubern Verstetigt Er hat irgendeinen Schutz Dahinter Was soll ich denn da machen Muss er erst den Schutz Runterhauen Alarm 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 Aus Erbitte Erlaubnis Zone zu säubern Bestätigt Eindringling Eindringling Erbitte Erlaubnis Zone zu säubern Bestätigt Da drüben ist was Ich hab da was gesehen Du hast da nix gesehen Ich muss irgendwie Plattform aktivieren Ah Okay Ich bin unter Beschuss Tschüss Aua Hat er mich noch getroffen Fragezeichen Und ducken Okay Das geht noch besser Als geplant Oh nein Da ist wieder so ein Ding Das heißt nix gutes Geht ihr euch auch alle in eine Richtung Wer immer mich grad gesehen haben soll Hier ist niemand Das kittscht ein bisschen hier rum Sind aber die gespielfehler Da drüben ist was Ich gehe Okay Tschüss Da hätte ich auch glaube ich jetzt nix machen können Weil ich wüsste nicht wie ich diesen Typen da mit dem Staubsauger hinten Da oder was das da ist Das Schutzding was er da hat Wie ich ihn Da mit Ja Also wie ich den ausschalten kann Das wüsste ich jetzt nicht Ich wollte das jetzt auch nicht rausfinden Unbedingt Tut mir leid Ich hab diesen scheiß Stromkasten nicht gesehen Ja Gut Das war knapp Dann legt er rein So Jetzt aber Und den Aufzug nehmen Nach oben Okay Okay Das Ding ist schon wieder Das Ding ist schon wieder Also Das Ding ist schon wieder Ich weiß zwar nicht wie ich das gemacht habe Aber Mir auch egal Ich muss mal ein Karbap essen Das ist ja gar ein Karbap und starkes drin Ich hab grad keinen Hunger Ich weiß Ich wollte doch gar nicht gut rücken Bin nur außersehend drauf gekommen Sieh so auf, dass wir da weiter müssen Ja hier war nur Ja sieht aus wie Sackgässe Kommt hier rein Von der anderen Seite Jetzt hier in rechts gehen Schattels ohne Markierung Damit transportieren sie die Opfer Ich wollte das mit mir Schaden machen So Falscher Alarm Da drüben ist was Ich gehe Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Du siehst die Scheiße, hab ich gesehen Okay Hier gehen wir mal später lang Ich gehe dann doch erstmal hier Den Schacht hier entlang Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott Okay, das war ein bisschen knapp Oh Gott, oh Gott Da ist die letzte Wenn ich das da durchschießen kann Also irgendwas stimmt mir Mal ein Spiel nicht Das kann ich sagen Das ist ein bisschen mini-löckt Immer Oh, da liegt irgendwas Hallöchen Was könnte passieren Was sieht denn hier Ich würde das gerne nehmen Ach, ein neues Leben Noch ein Lebensteil Cool Noch mehr Leben Es geht dabei Bis das andere Bildschirmrand Kommt hier auch raus Oder war das nur Das war ein additionaler Raum Das tut mir auch gar nichts Das Licht Da muss ich doch gelangen Wie mache ich das denn am besten Du siehst mich nicht Ich konnte ja nicht mal wegrennen Was für Bullshit Jetzt sagt nicht Ich konnte dir das mal lieber Okay, gut Okay, das wird zumindest gespeichert Dann ist er gut Ich habe Opfer ich jetzt nicht Das ist zu Das wird es jetzt nicht Wenn ich eh wahrscheinlich gleich wieder sterben werde Also Nein Nein, 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 nein Eieieiei Eieieiei Und wie ich es hier durchschaffe Und auch gar nicht durchschaffe Sehen wir im nächsten Part von Beyond Gut in ihr Ich bedanke mich dafür Dass ihr zugesehen habt Oder auch nicht Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dann und ciao Womit die Perle eigentlich nicht auf der Karte angezeigt Ich bedanke mich nicht auf der Karte angezeigt